Musik Frag Angie, so heißt die Aktion von Team Deutschland, der Unterstützerkampagne von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sehr geehrte Frau Merkel, die Kinderlosigkeit in Deutschland wird in Zukunft sehr große Probleme. Als Beispiel wären Rente, Pflege und Krankenkasse genannt, verursachen. Mehr Kinder in Deutschland wären doch wichtig und schön. Denken Sie, eine stärkere Unterstützung junger Paare mit Kindern würde helfen? Und wenn ja, wie ließe sich das realisieren? Ja, ich glaube, dass wir uns in der Tat freuen würden, wenn wir mehr Kinder hätten. Das heißt, wenn der Altersaufbau unserer Gesellschaft ein anderer wäre. Wann entscheiden sich Menschen für Kinder? Ich glaube, dass sie im umfassenden Sinne eine gute Zukunft für ihr Leben haben wollen. Ob das der Arbeitsplatz ist oder ob es aber auch eine kinderfreundliche Gesellschaft ist. Und es ist eigentlich eine Schande, um einmal bei bestimmten Situationen heute anzufangen, dass Kindergeschrei immer wieder Gegenstand von gerichtlichen Klagen ist. Kindergärten in der Umgebung von Wohnbereichen und das muss aufhören. Kinderlärm muss irgendwo auch wie Musik sein. Aber wir können auch noch mehr tun, zum Beispiel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für die Familienfreundlichkeit der Gesellschaft insgesamt. Wir haben das mit dem Elterngeld begonnen. Ich denke, auch die Vätermonate sind eine wichtige Ergänzung, dass auch gerade die jungen Männer den Umgang mit kleinen Kindern besser lernen. Nicht erst bei den Enkeln, sondern schon bei den eigenen Kindern. Wir haben durch die Initiative von Ursula von der Leyen uns entschlossen, die Betreuung von unter Dreijährigen zu verbessern. Dass auch hier diejenigen, die wollen, sich dafür entscheiden können, einen Betreuungsplatz in Anspruch zu nehmen. Und wir sagen, wenn wir das geschafft haben, wollen wir aber auch die, die sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, nicht benachteiligen, sondern dann auch ein Betreuungsgeld einführen. Schritt für Schritt auch die Erhöhung des Kindergeldes und des Freibetrages gehört dazu, kinderfreundlichere Gesellschaft. Aber insgesamt brauchen wir Zuversicht in unserer Gesellschaft, damit Menschen sich auch für die Zukunft entscheiden. Zu den beliebtesten Fragen der User gehörte auch die Frage von Tobias aus Hamburg. Und wir stellen seine Frage im Wortlaut. Frau Bundeskanzlerin, keines der deutschen Atomkraftwerke würde einem gezielten Absturz eines Passagierflugzeugs standhalten, der Leid und Tod für Hunderttausende oder gar Millionen von Bundesbürgern bedeuten würde. Wie können Sie es angesichts dieser Tatsache verantworten, eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken zu fordern? Unsere Kernkraftwerke gehören gemessen am internationalen Standard zu den sichersten. Und wir haben in einer Kombination aus Schutzmaßnahmen, die die Kernkraftwerke verabredet haben, vom Boden her, von der Luft her, wirklich gute Vorkehrungen getroffen. Wir haben immer mitgearbeitet an der Entwicklung auch neuer Kernkraftwerke, die noch sicherer sind. Die werden jetzt zum Teil in Europa schon gebaut. Und meine Sorge ist, wenn wir das nicht als Brückentechnologie, ich will das nicht für ewig, aber ich glaube, wir brauchen es noch für eine bestimmte Zeit, wenn wir es nicht als Brückentechnologie auch für unser Land nutzen, dass wir dann auch auf die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards nicht den richtigen Einfluss haben, so wie ich ihn mir wünsche. Wer selber etwas nicht anwendet, kann anderen keine guten Ratschläge geben. Und es gibt so viele Länder, die jetzt neue Kernkraftwerke bauen. Nicht nur in Europa, Finnland und Frankreich zum Beispiel. Die Schweden haben ihre Kernkraftwerke modernisiert. Italien will bauen, Großbritannien will neue Kraftwerke bauen, sondern auch Entwicklungsländer, Schwellenländer. Und da ist es wichtig, einheitliche Sicherheitsstandards zu haben. Und ich möchte, dass Deutschland dabei mitreden kann. Dann schauen wir zusammen auf die nächste Frage. Andreas aus Berlin fragt, welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um bundesweit hohe Standards für Kinderbetreuung und Bildung zu setzen? Ich habe eine Initiative ergriffen in dieser Legislaturperiode, nämlich alle Ministerpräsidenten einzuladen und mit mir gemeinsam einen Qualifizierungs- und Bildungsgipfel durchzuführen. Das war aber etwas ganz Neues. Nicht alle waren begeistert und haben gesagt, will sich jetzt die Kanzlerin in die Schulpolitik einmischen. Und da habe ich gesagt, nein, die Länder sollen zuständig bleiben, aber wir müssen doch einheitliche Ergebnisse haben. Wir müssen sagen, was muss ein Kind können, wenn es einen Realschulabschluss hat? Was muss ein gemeinsamer Abiturstandard sein? Wir müssen uns anstrengen, die Schulabbrecherquoten zu verringern und die Ausbildungsfähigkeit, also dass die Betriebe auch sagen, dieser junge Mensch kommt von der Schule, kann einen Facharbeiterberuf lernen, das zu verbessern. Deshalb haben wir vereinbart, dass es Berufsberatung in den Schulen gibt durch die Bundesagentur für Arbeit. Und wir haben auch diesen Übergang von Kindergarten und Schule diskutiert. Auch hier ist es doch wichtig, dass die Kinder nicht so eine Art Kulturschock erleiden, wenn sie vom Kindergarten in die Schule kommen, sondern dass man voneinander weiß, was ist in der Schule auf der Tagesordnung, was ist im Kindergarten auf der Tagesordnung. Insgesamt wird es also eine engere Zusammenarbeit von Bund und Ländern hier geben, jeder in seinem Zuständigkeitsbereich, aber so, dass zum Schluss die Eltern umziehen können, dass das Kind weitermachen kann in der Schule und dass wir möglichst niemanden mehr haben, der aus der Schule kommt, einen Abschluss hat und trotzdem als nicht ausbildungsfähig eingestuft wird. Jetzt hatten wir noch gar keine Frage zur Steuer. Das kann eigentlich nicht sein im Wahljahr, findet auch unsere Userin Franziska aus Hamburg. Und sie möchte gerne von Ihnen wissen, wann wird es einen ermäßigten Steuersatz für Kinderprodukte geben und fragt sich, warum zahle ich für ein Babygläschen 19% Mehrwertsteuer, wenn doch eine Dose Hundefutter nur mit 7% besteuert wird? Also erst einmal will ich ganz deutlich sagen, wir werden an dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz nichts machen. Da gibt es ja die Sorge, dass der vielleicht hochgesetzt wird. Nein, ein klares Nein, der bleibt so, weil alle Lebensmittel mit Ausnahme der Kinderprodukte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz sind Zeitungen, Sie haben hier angesprochen, auch Tierfutter, dann Schnittblumen zum Beispiel. Also da hat jeder Angst, dass da etwas passieren könnte. Das ist eine breite Diskussion. Ich kann der Userin, wenn ich ehrlich bin, keine Zusage machen, wann das genau sein wird. Ich finde, da sollte man auch ehrlich sein, dass das mit den Kinderprodukten schwer zu erklären ist. Das weiß ich, das ist historisch gewachsen. Und deshalb verstehe ich die Frage auch. Aber wenn man da rangeht, dann muss man sich das sehr, sehr gut überlegen. Es wird jedenfalls keine Mehrwertsteuererhöhungen geben. Nicht beim ermäßigten Satz und auch nicht beim vollen Satz. Karin Kückelhaus möchte gerne von Ihnen wissen, Frau Merkel, die CDU macht sich stark dafür, dass Bürgerinnen und Bürger, die ein Leben lang Vollzeit beschäftigt waren, eine Rente oberhalb des Existenzminimums erhalten. Wie gedenken Sie die Altersarmut von Frauen abzufedern, die aufgrund von Erziehungszeiten nicht ihr ganzes Leben voll beschäftigt sein konnten? Wir haben ja verbessert die Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht. Das heißt, wie viele Jahre Renteneinzahlzeit bekomme ich für die Geburt eines Kindes. Da stehen die Frauen von heute schon besser da. Es kann trotzdem passieren, dass jemand nach einem vollen Leben von Arbeit im Rentenniveau sehr niedrig steht. In diesem Falle gibt es die Grundsicherung. Diese Grundsicherung ist allerdings dann mit einer Prüfung verbunden, ob ich wirklich an dieser Stelle bedürftig bin oder ob ich vielleicht noch sehr viel Eigentum habe in Form von Häusern und anderem. Denn wir wollen ja nicht denen, die vielleicht viel geerbt haben, aber aus dem eigenen Erwerbsleben nicht so viel zusammenbekommen haben, dann auch eine staatliche Grundrente finanzieren. Also schon einkommensbezogen überprüft, aber jeder bekommt eine Grundsicherung und das will die CDU auch beibehalten. Was machen Sie besser als die Sozialdemokraten, wenn sie die Wahl gewinnen? Wir sind ja im Augenblick in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Wir haben vielleicht die Talsohle im Zusammenhang mit der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise erreicht. Das heißt, wir sind in diesem Jahr wahrscheinlich, wenn wir um minus 6 Prozent im Wirtschaftswachstum abfallen. Und jetzt wird die Frage der nächsten Jahre sein, wer kommt schneller aus dieser Talsohle wieder heraus? Denn die Krise ist ja erst vorbei, wenn wir wieder da sind, wo wir vor der Krise waren. Und da glaube ich, dass die CDU stärker ist, was Bürokratieabbau anbelangt, was Leistungsgerechtigkeit anbelangt. Deshalb wollen wir auch bei der kalten Progression, also bei der Steuererhöhung durch die Hintertür, den Menschen etwas zurückgeben. Wir sind, glaube ich, freundlicher, was neue Investitionen anbelangt, was Unternehmen anbelangt, die ein Unternehmen gründen wollen. Und hier glauben wir, wird der Wettbewerb stattfinden. Und ganz zum Schluss glauben wir, dass wir schneller Wachstum schaffen können und mit diesem Wachstum dann auch wieder Arbeitsplätze erhalten bleiben oder neue Arbeitsplätze entstehen. Und es werden die Weichen gestellt. Die Welt schläft nicht. Viele Länder strengen sich an, haben große Konjunkturprogramme. Und deshalb kommt es hier darauf an, dass wir in den nächsten Jahren so mithalten, dass wir weiter vorne mit dabei sind. Das war das soziale Netzwerk-Interview, sozusagen CDU-TV 2.0. Aktion von Team Deutschland, fragt Angie. Frau Bundeskanzlerin, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie Zeit hatten. Danke, dass Sie Zeit hatten.